So und herzlich willkommen zurück zu War Thunder mit dem Badokard und an Teil der Community mit dem... wie ist er noch gleich? Heute haben wir einmal den Tazrak dabei und Silent Cry. Ah, gut. Silent Cry war vorher schon dabei. Genau. Jetzt machen wir uns alle gemeinsam fertig. Muhaha. Sobald ein Platz frei wird, lade ich immer wie Neues ein. Ich edde alle Leute immer auf die Freundesliste, weil dann kann ich die auch einfach so immer einladen. Weil Edden kann man sicher nicht. Also mich kann keiner Edden, dann kriege ich keine Nachricht. Jeder kann nur selbst freuen, ey. Lass uns mal auf den Nexit gehen. Ja, auf den fliege ich gerade zu. Wunderbar. Ah, der wird von Cruise Chopper. Ist das ein Bomber? Ich hab ja gar keine Bombe geworfen. Boah. Schweinerei. Dann muss er down. Er muss down. Oh Gott. Ich kann mich nicht mehr hoch. Ah, er hat mich erwischt. Ich bin down. Ich bin down. Nein, er hat mich nicht erwischt. Er wollte mich rammen, aber... Ja, ich hab zu tief geflogen. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, da schießt er zurück. Upsala. Oh nein, der Flügel. Die Craft shot down. Ja. Fliegst du noch? Ja, ich fliege noch. Oh, da kommt der Baum, da kommt der Baum. Autsch. Das hat weh. Hey, wer braucht schon Flügel? Niemand braucht Flügel. Nein. Was müssen wir nochmal kaputt machen? Gegnerischen Basen und die Dinger auf dem Boden. Wir fliegen wieder über... Oh, wir fliegen übrigens wieder hier in Essen und Co. Ja, mein Mühlheim und Essen. Ich hab leider vergessen wieder, wie man die Kamera rotiert. Das ist schlecht. Den will ich mir holen. Der war gemacht zu mir. Hey, da kommt... Ohhhh. Nur Rolli hier. Sondern noch immer die mit diesen krassen MGs. Ja, immer diese kleinen Flügel. Mhm. Kleine sind die Fliesen. Ja, äh... Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Das Matsche? Hab ich Matsche im Gesicht? Der hat mich dreckig gemacht. Wo ist er hin? Nein, ist er weg. Oha. Teamwork. Yay! Auch so einer am Boden. Oh, der ist zerstellt. Okay. Fliegen wir mal Silent Dry hinterher. Oh, ich glaube ich habe jetzt einen Bordschützen. Oh cool. Der nach hinten schießt. Sehr geil. Hab ich erforscht. Yeah. Also die haben wir tun, glaube ich. Da wollte mich fast ein eigener Teamkamerad um über den Haufen fliegen. Ja, mein Bomber hat leider keine Bomben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob meiner Bomben hat. Ich glaube, ich habe irgendwas gekauft, aber ich bin mir nicht sicher. Ah ne, ich musste ja erst erforschen, oder? Ach, keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Pfff. Ha, scheiße nein. Ich habe mein Propello verloren. Ich habe mein Propello verloren. Aber, aber... Hm, das kann. Vielleicht kann ich ja Sand pflanzen. Sand pflanzen. Mach doch mal langsam hier. Langsam, langsam, langsam. Ja, super. Oh, da kommen Häuser. Sand. Töt. Ha, 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 ha. He, he, he. He, he, he. He, he, he. He, 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 he. He, he, he. He, he, he. Ähm. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Weiter geht's. Was halten die denn immer aus? Ja? Es sind voll die Profis die dann. Ja, vielleicht kann man es ja auch wirklich verbessern mit den Aufwertungsdingern da. Ah, zerschellt. Nein! Die haben noch Ground-Units. Nein! Beine Reihe! Ich probiere mal, ob ich ein paar Bodentruppen abgeschossen kriege. So. Kaboom! Da ist ein Panzer kaputt gegangen. Und da schießt jemand auf mich. Na, wir schalten den Squat. Slash. Au! Hast du gedacht? Ist ja so ein kleiner, schneller. Da, ich seh ihn. Ein Asia-Flieger. Gibt's noch Bodentruppen? Da vorne. Na. Da bin ich grad ein bisschen wackelig. Aha. Das R fehlt. Oh shit. Was? Er fehlt. Das R fehlt. Was? Das R fehlt. Oh. Ah, dann wieder in einem Baum gelandet. Alla, der Baum knutscht da durch. Und wie viel hast du noch? Noch zwei. Also den und noch einen weiteren. Ach, das war der Kackflieger. Oh Gott. Uh, da ist was explodiert. Wo sind sie denn? Wecken sich die Schweine. Hm. Oh, da schießt schon wieder wer. Au. Warum treffen die denn alle? Warum fliegen die alle so hoch und machen gar nichts? Ah. Ich weiß es nicht. Ich muss ausweichen oder zurückschießen. Oh Gott, dieses Ding kann sich so kaum drehen. Oh shit. Nein, 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 nein. Flieg hoch, du dummes Ding. Ah. Okay. Mein schlechtes Flugzeug. Auf zum Punkt. Auf zum Punkt. Auf welchen Punkt? Der Einzige, der noch da ist. Ach so. Ah, da ist er. Mit einer. Auf dem? Das war's, das war's, das war's. Natürlich! Hm? Aircraft Kollision, er lebt noch, ich bin tot. Ja. Dann schauen wir die jetzt. Ja. Da fehlt was an einem Flugzeug. Ja, ein Pilot. Ach, der Pilot fehlt hinten, der ganze Heck rot, hoffe ich. Jetzt hab ich zugucken. Toll gemacht. Guck mal, da hinten, mein Gott. Ich seh dich noch landen gerade. Oh Mann. Noch ein bisschen der Luft. Und... Ende. Hm. Kann dir nicht zugucken. Nee, ich bin tot. Ach so, sag das doch. Mensch. Wem schaust du da zu? Ähm, hm. Ähm, unsere anderen Mitspieler da. Ich seh grad wieder wen abstürzt. Mhm. 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 Ach du Scheiße. Was denn? Er hat sich schön selbst ausgenockt. Das war nicht sehr klug. Kriegt erst hin, das Landungsmanöver? Nee. Ohne Propeller. Oh. Das geht nicht gut. Naaah. Oh. Schatz. Oh. Oh. Ich würd mal sagen, das war zwar nie unsere beste Runde. Wir schauen das Ganze jetzt natürlich noch bis zu Ende an, aber das kann sich jetzt noch ein bisschen sich in die Länge ziehen. Mhm. Deswegen musst du jetzt was machen. Ich würd sagen, das Spiel ist kostenlos. Link in der Beschreibung. Wenn ihr mit uns spielen wollt, dann ran da. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.